hallo 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 ich bin nikki ich bin emmanuel und wir sind die möhren mutter das soll ja gut für den teint sein jetzt im sommer braucht man ja viel vitamin d ich will aussehen wie donald trump jetzt mal ohne scheiß die selbstbräuner der selbstbräuner mit dem ich meine beine einschmiere macht den gleichen farbton wie donald trumps gesicht hat ihm keiner gesagt dass es eigentlich nicht für den körper ist und fürs gesicht ist ich habe etwas getan was ich sehr lustig finde ich habe bei den anonymen amazonikern ein überraschungskosmetikpaket bestellt das kommt an in so einem großen karton da drumherum ist ganz viel plopfolie und da drin ist so ein umschlag habe ich noch nicht aufgemacht das werden wir jetzt tun wir werden jetzt ein unboxing von so einem paket machen falls ihr interesse daran habt wir stellen euch den link zu diesen paketen insgesamt ich weiß jetzt nicht mehr genau welches war unten rein dann seht ihr das ich fand das nur extrem lustig wir hatten das schon mal gemacht und dann nicht den ton eingeschaltet ich hoffe diesmal funktioniert siehst du ja es bewegt sich irgend zumindest irgendwas auf der skala hervorragend dieser sack kam aus österreich das ist was von iq cosmetics und das ist was ist es mal lesen ist es ein plasch oder die to expression mono shadow white matte ok also ein weißer matter lidschatten warum auch nicht oder ist cremig oh ja der ist schön wir machen dann nachher noch ein foto mit den ganzen schätzchen der reihe nach das nächste teil ist etwas was mir wahrscheinlich gefallen wird ein pinsel aus gummi ein gummi pinsel damit kann man ein gummi streichen ein gummi applikator ein smudger robber definer nennt sich das auch von iq cosmetics kautschuk applikator perfekt und die augenkonturen mit kajal oder eyeliner zu unterstreichen und und zu schattieren den kann ich brauchen weil ich habe mich vermalt finde ich cool ja das ist echt gut du warst doch ach so ja ok gut moment ich brauche das hier mal wieder weg damit ist dran wie eine chipstüte nur kalorienärmer geil das ist ein maybelline ein maybelline lippenstift also das ganze paket enthält übrigens 25 teile und kostet um die 20 euro ja und allein dieser lippenstift kostet schon sieben so also das ist so eine farbe das ist eine relativ nudige nudige farbe ist das matt ja das sieht relativ matt aus die farbe ist 700 176 raspberry diamonds sehr schön noch so ein pinsel diesmal ist ein lidschatten pinsel ein ganz normaler sozusagen 0815 lidschatten pinsel ok nett und ganz weich auch von iq kriegt man hier in bayern zumindest nicht von daher finde ich das ganz nett mal sachen zu haben für die ich sonst nach österreich fahren müsste das sind lauter sachen die aus dem sortiment gegangen sind und die restbestände die werden dann halt nicht verschrottet sondern zu überraschungspaketen verhückert so dass hier ist die farbe 33 das ist ein lippenstift von lilac attitude heißt es steht auf der seite auf der anderen da debbi 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 ist auch so eine österreichische drogerie marke wir waren ja mal in wien auch so eine ja das ist das ist eine nikifarbe das ist eine nikifarbe ja damit sehe ich dann wieder aus wieder tot auf urlaub aber du magst das doch ja ja vor allen dingen dann eine gemeinsame freundin von uns die sagt dann immer wenn ich dich anschaue wird mir kalt nächste ist auch von debbi gel play ein nagellack in lachs lachs wie heißen diese farben heutzutage peachy wie auch immer neon lachs aber für die füße sicherlich ganz cool sehr sommerlich ja so dann hier ist diesmal so ein lidschatten quad so einen hatte ich mal ja so einen hatte ich mal in lila die sind cool ja sieht man da mit vereinten kräften ja also das ist alles sehr sehr blass und sehr sehr nude und peachy und rosa was ich cool finde an den dingern ist die haben auf der rückseite in dem also zum aufklappen in dem den kleinen spiegel und da drin dann die pinsel also es ist wirklich zum mitnehmen ganz cool sein hätte ich mir in österreich gekauft ich finde den zwar nicht besonders farbfreudig ja also von der farbabgabe da ja aber so eigentlich ganz nett also wenn man jetzt wenn man jetzt nicht den super in your face look damit schminken will ist das ding eigentlich ganz ganz nett so als every day für das ist was ich mir gerade überlege also so von den farben herrn als highlighter oder als blush verwenden wenn man nicht die flaschen unterwegs also die textur ist angenehm also das nächste was ich hier habe ist auch wieder von iq cosmetics velvet shine shadow cream das ding sieht so aus ist eine lidschatten creme ist jetzt auf ich würde nicht aufmachen ist ziemlich schimmrig ist so das wird sowas sein wie diese color tattoos oder genau nude nummer zwei also eine sehr sehr nude farbe wahrscheinlich eine perfekte farbe zum als 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 lidschatten basis ich mag solche creme schatten dafür sehr gerne auch von iq ein smooth finish primer ein finish primer wir machen übrigens gerade experimente mit primern also ich zumindest wegen oxidierenden foundations dazu gibt es irgendwann in den nächsten wochen monaten ein video ich habe irgendwo gelesen dass primer gegen das oxidieren helfen sollen ja und ich teste mich jetzt durch ja ist wir haben nämlich eine foundation die oxidiert schon beim auftragen ich habe so eine ganze reihe an foundations die bei mir oxidieren aber dazu machen wir euch irgendwann ein video wir arbeiten gerade dran testreihen durchzuführen was funktioniert und was ist die märchen so locker und gesund oh wieder ein lippenstift wieder einer von maybelline die farbe 710 sultry sand das ist so eine matt beige sieht aus wie concealer auf den lippen farbe vielleicht als highlighter also als als hellere farbe in der mitte muss man mal testen aber ich mag diese lippenstifte an sich sehr gerne ich mag diese serie sehr gerne von da freue ich mich sehr dass wir davon mal die preismäßig doch wirklich okay sind also jetzt also dass dieses päckchen hat sich schon mal gelohnt weil das hier ist nämlich ein 14 stunden super stay lippenstift von maybelline und das ist natürlich auch eine möglichkeit ich sehe jetzt nur gar nicht mehr was gerade aber ich bin ein bastard so das ist die farbe nummer 610 beige vor gut du hast eine lupen linsen an oder ja also das ist auch so eine tut keinem weh farbe aber die möchte man ja auch in der sammlung haben weil man manchmal ein leppenstift braucht er keine als nächstes haben wir hier eine foundation als mousse foundation ich mag mousse foundations eigentlich gerne ich hatte mal eine von essence glaube ich die fand ich ganz nett die hat nur ist auch nur irgendwann ausgetrocknet ein zart schmelzendes mousse seitig mattes finish perfekte deckkraft in der farbe 130 beige das könnte für uns ein bisschen dunkel werden aber wenn es testen wird kann man damit konturieren wir müssen gucken ob sie klingelt so ja das ist so jetzt haben wir nochmal einen nagellack wieder von iq so ein recht kleiner nagellack ist auch richtig gut so leicht leicht pinkiges rot auch richtig recht fuchs ja cool ja das ist ja viel ist ja noch pinke aber das hier ist eine sehr schöne farbe auch ein stift ein stift ein lipliner super stay wieder von maybelline super stay 20 da steht jetzt keine nummer dabei keine keine in 45 cappuccino vielleicht sollte man den nicht zu diesen nude lippenstiften tragen sonst sieht man aus wie in den 80ern als man den dunklen oh ja aber ansonsten ist die farbe sicherlich ganz schön ja nochmal ein nagellack und zwar von IQ denn jetzt steht da oben Gloss Effekt Nail polish oh mit Kügelchen mit Kügelchen das ist halt ein sehr nudiger Nude Ton ja so einen perfekten äh Prinzessinnen Nude ja Prinzessin passt so gut zu uns Teuerste ja die zarten wesern ja ja du wirst schon immer zarter Ich habe Appetit auf Erbsen. Ich nehme lieber Gürtchen. Gürtchen. Sie haben hier eine Mascara. Auch von IQ. Endless Luscious Extension Mascara. Die sieht so aus. Die Bürste ist so eine Kammbürste. Die gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut. Dann wirst du sie behalten. Weil solche Kammbürsten mag ich. Ja, ich weiß. Und bei meinen Wimpern funktionieren die auch. Die haben ziemlich lange Wimpern. Bei mir funktioniert es so. Wir haben noch einen Lippenstift. Von Maybelline. Wahnsinn. Eher roter. Das ist eher rot. Ich glaube, das ist das Rot, was ich haben wollte. Ja, dann wunderbar. Warte mal, welche Farbe? Das ist die 538. Ravishing Rose. Die Farbe klingt super. Ja, sehr cool. Ich glaube, dieses Paket hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt. Ich fühle mich gerade wie Weihnachten. Ja, das ist schon so ein bisschen wie Weihnachten. Noch ein Lippenstift. Noch ein Lippenstift. Von IQ Cosmetics wieder ein Six Intense Passion. Das ist auch eine sehr schöne Farbe. Cool. Habe ich erwähnt, dass ich mich gerade freue gegen kleines Rippen? Raschel, raschel, raschel. Raschel, raschel, raschel. Ein Puder. In 0,3. Das könnte ganz schön dunkel sein. Das ist ganz schön dunkel. Aber tatsächlich, ich bin noch nicht mal sicher, ist das jetzt ein Puder oder ein... Oder ist es egal? Matte and Fix Powder. Okay, aber das könnte tatsächlich bei uns als Blush funktionieren. Also die Farbe ist nicht schlecht. Die Farbe ist nicht schlecht. Auch für ein Fotoshooting. Das ist wirklich nicht schlecht. Genau. Cool. Cool. Ich freue mich gerade sehr. Ich finde das gerade echt super. Noch ein Lippenstift. Ja, ich verstehe. Der ist jetzt wieder von Debbie. Debbie hatten wir, glaube ich, schon. Das war das mit dem 14 Bordeaux. Ich mag Lippenstifte, die heißen wie mein Lieblingswein. Nein, die Farbe ist auch tatsächlich Bordeaux. Also die ist fast schon schwarz. Cool, dann kannst du Rotwein trinken. Und es fällt nicht auf. Und ab zu acht Stunden, so lange laufe ich zwar selten, aber... Entschuldigung. Sehr schön. Wir werden dir erzählen, wie sich das Zeug trägt und überhaupt. Und wir haben noch einen Lippenstift. Oh, und das ist... Die Farbe heißt wahrscheinlich Manel Pink, aber... Nein, heißt die nicht. Also es ist schon sehr pink. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so sieht. Und das... Wo stand die Farbe? Unten. Drunter. Ach, unten drunter. 160 In... Infinity... Infinity, ja. Fuchsia? Fuchsia. Fuchsia. Ja. Ja, das... Also ich denke, den wirst du nehmen, weil du ja so... Äh, ich pink. Wobei ist es doch fast schon wieder weg. Ich bin doch fast schon wieder auf Naturfarbe. Wieder von Debbie. Ein Chubby Stick äh, matt. Also so ein Picken, ähm, wie so ein, äh, Wachsmalstift. Mhm. Ähm, in einer sehr neutralen Farbe. Es ist so eine klassische Büro, everyday. Ähm. Sie passt zu deinen Haaren. Ja, sag ich ja. Neutral, unauffällig. Wie mein ganzes Wesen. Ja. Es ist schon sehr viel Lippenzeug dabei. So, dann habe ich hier jetzt Das sieht aus wie ein Coverstick. Ein bisschen verschmiert. Also so ein Concealerstick. Ach so, ich hätte das jetzt für den Augen. So, und der scheint... Also den... Das ist wieder eine Farbe für dich. Ja, vor allen Dingen kann man den wahrscheinlich auch als Einprimer verwenden. Teste ihn mal. Ich teste ihn mal. Ich habe hier so einen Referenzfleck auf dem Handrücken. Ich weiß gar nicht, ob man den... Wie sieht man den? Ja, das... Man sieht den Referenzfleck und jetzt gucke ich mal, wie das kamert. Oh, das ist so ordentlich. Ja. Ja, cool. Irgendwas weitergefallen? Nö. Ich habe einfach nur das zusammengesteckt. Das war das. Ähm... Wieder ein Nagellack. Diesmal ein Topcoat. Auch wieder von Debbie. Gelplay Topcoat Ultra Glossy. Mhm. Kann man immer brauchen. Oh ja. Ach so, und noch ein Nagellack? Die sind anscheinend nach unten gerutscht. Die sind schwer. Ja. Äh... Gelplay Ultra Glossy in knallerrot. Oh, endlich mal, endlich mal. Boah, weißt du, was ich gesehen habe? Es gibt sogar... Ich meine, dass die Leute sich künstliche Fingernägel machen lassen. Ja, muss ich ja. Das kennt man ja. Es gibt auch künstliche Fußnägel. Ja. Das fand ich dann schon so ein bisschen... Das macht meine Pediküre auch. Ijit. Ijit. So, also, äh... Genau. Also, das ist einfach rot. Die Farbe hat vielleicht einen Namen, aber... Egal, er ist rot. Also, einfach so ein schönes, sattes Rot. Ich habe noch ein Nagellack hier. Diesen Stück nach unten gerutscht. Von IQ Cosmetic Gloss Effect, äh... Nummer 3 Incense. Also, äh... Wie heißt das Zeug, das in Kirchen verbrannt wird? Weihrauch. Weihrauch. Es ist ein Grau, sehr, sehr... Zumindest letztes Jahr eine sehr modische Farbe. Ob das dieses... Wahrscheinlich ist sie dieses Jahr nicht mehr in. Deswegen ist sie dieses Paket. Ja, obwohl dieses Grau zusammen mit einem dunkelroten Nagellack auf den Fingern sehr geil aussieht. Sehr, sehr gerne aussieht. Also, ich mag das auch sehr gerne, aber anscheinend ist es nicht mehr in. Sonst wäre es jetzt nicht hier. So, dann haben wir noch einen letzten Stück. Auch wieder von Maybelline. Sau geil. Das ist eher pinkig in 158 Power Peony. Wow! Geile Farbe. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und das letzte Teil ist, ähm... Was ich jetzt hier gerade rausgezogen habe, ist, glaube ich, auch ein Lippenstift. Das sieht so aus, ja. Ach, das waren diese... Das sind, glaube ich, diese... Velvet Lip Crayon. Also, ja, ein Lippenstift von Maybelline. Colorshore in Berry Mulch. Auch für so eine schöne, berige, dunkle Farbe. Also eher was für den Herbst, aber der nächste Herbst kommt bestimmt. Und eine sehr, sehr schöne Farbe. Wir bilden euch jetzt hier ein Foto ein von dem ganzen Zeug. Ja. Und außerdem werden wir in die Infobox unten drunter mal schreiben, was das ganze Zeug gekostet hätte, wenn man es so im Laden gekauft hätte und nicht in einem Überraschungspaket. Wobei die Frage natürlich ist, ob man sich alles gekauft hätte. Es gibt sicherlich ein paar Sachen, die ich mir nicht gekauft hätte. Aber ich finde, sowas kostet ich hier. Ich fühle mich gerade wie Weihnachten. Ich finde es toll. Ich habe gerade Spaß für 10. Ich glaube, so einen Leberwurstfarbenen Nagellack hätte ich mir nicht gekauft. Zum Beispiel. Oder ich hätte mir wahrscheinlich so eine Foundation in der falschen Farbe auch nicht gekauft. Ja. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich wahrscheinlich nicht gekauft hätte. Aber für 19 Euro inklusive Versand kann man sich nicht bescheren. Ist es halt lustig und man hat echt Spaß. Ja, man kann halt auch Sachen schön verschenken an Menschen, die gerne Sachen geschenkt bekommen. Es ist natürlich niemand. Niemand bekommt gerne Sachen geschenkt. Niemand. Ja, man kann einfach echt Spaß haben, wenn man mal 20 Euro über hat und Lust auf Überraschung. So, und wir werden jetzt jetzt die Augen auskratzen, wer was davon behalten darf. In diesem Sinne. Bis bald. Bis bald.